Was geht YouTube, Flakka from Speck mit einem neuen Video hier auf dem Anonymous Clan Channel und ja, heute gibt es mal ein richtig krasses MW3 Gameplay und zwar eine Solo 71 Sekunden Mob auf der Map Terminal mit der ACR und ich habe mir jetzt auch kein richtiges Thema rausgesucht, weil das Gameplay ist natürlich sehr kurz und richtig krass. Schaut auf jeden Fall mal beim Gameplayerspieler vorbei, der wird sich sehr freuen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut, da ich kurz vor den 500 Abonnenten stehe, schleich Werbung for the win und ich denke den ganzen Clan wird es natürlich auch freuen und unterstützen, wenn ihr mal ein Like auf dieses Video da lassen könntet, nur um so umzugucken, was sozusagen die Schmerzensgrenze ist bzw. wie viel man ungefähr packen kann und ja, außerdem suchen wir natürlich noch immer Kommentatoren, das heißt wenn ihr irgendwie joinen wollt, schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung, da wird natürlich der Skype ein Name sein, da könnt ihr auf jeden Fall mal schreiben, wenn ihr denkt, dass ihr das Zeug habt, sozusagen uns zu joinen und ja, das hier ist jetzt übrigens natürlich mein zweites Kommentar, das erste habt ihr wahrscheinlich die meisten schon von euch gesehen und da es recht gut angekommen ist, würde es mich mal interessieren, wie ihr das jetzige Kommentar fandet, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, vielleicht bin ich, wenn ich euch sozusagen gefalle, öfters mal hier am Start und ja, das war's mit dem Video, schaut auf jeden Fall beim Gameplay-Spieler vorbei und bei mir natürlich, wenn ihr wollt und ja, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal, tschüss!